Willkommen zurück zu einer neuen Runde Trouble in Jarvis Town. Halt auf die Fresse, wenn er die Begrüßung macht, Colla, ohne Witz. Willkommen zum Trauerspiel 2.0 mit Steven. Kion, Mia, Borschi, Lukas und Gernot Reinholz aka Jan, dem Bauer von dem Herrn. Das wird... Die Runde ist eigentlich schon lost. Das ist ein Fakt. Hä, ich fühl mich sicher bei dir. Ja geil, ich fühl mich auch nicht bei dir. Steven, welche Medikamente hast du geschluckt, dass du dich bei Jan sicher fühlst? Bitte mal drück mir mal die Frage. Ich schau nicht. Alter. Das ist, als ob du sagen würdest, Auschwitz ist safe. Auschwitz war doch safe. Ich versteh die Frage nicht. Warte, ich mach mal kurz das Wasser an, boys. Hör mal. Nicht reinspringen, bitte. Nein! Nein! Nicht gut! Ich hab grad den ganzen Raum auseinandergenommen für meine Shotgun. Warum zündest du den Scheißraum an? Du weißt, dass aus dem Raum nur die rauskommen, die dort in den Traitor-Ding dort oben in diesem Orangenraum reingehen? Hä, echt jetzt? Pass auf, ich sag mal, da lag ne Shotgun drinne. Ich wollte, ich hab die Insta-Ding geworfen und hab gemerkt, da ist ne Shotgun drinne. Weil wir die Shotgun holen und hab die MP7 bekommen. Es lag, es lag. Es lag. Jetzt gib mir die Shotgun. So. Herr Lubitz. Ja bitte? Sie sehen sehr schnieke aus. Der Poshy hat geschoppt, der stand grad nur rum. Da ist doch kein Beweis, du Affe. Ey, der scheint grad so rum. Ja, okay Poshy, du kannst deine Waffe wieder aufheben. Ey, meine Tegel, du Wichse. Poshy, Poshy, das dumme ist halt, wenn du sofort instant aus Reflex deine Waffe wegschmeißt, dann bestätigt es eigentlich bloß noch mehr, dass du Traitor bist. Weil, warum sollst du als Inno deine Waffe wegschmeißen? Dann rutscht du wieder andere weg. Die Sache, es kommt immer auf die Situation an, wenn zum Beispiel ja ne Detektiv ist, der eh nichts rafft. Da ist Wegwerfen besser. Ja ne, aber als Trader fühlt sich ja sicher, dann weiß er ja wer Trader ist und kann ja die Waffe wegschmeißen. Ey! Rein aus Prinzip so. Ey, rennt mal ins Wasser. Warte, stellt euch mal gegenseitig auf und wenn ich jetzt schreie, müsst ihr gegenseitig abdrücken. Ja, wahrscheinlich. Ey! Fühlst du? Drogandie, Drogandie! Männlich schreie von Poshy wieder. Ich hab ihn getötet, aber unser Detektiv ist tot. Nee, ich nicht. Topfer. Trader, Kollege. Ja, Kollege. Was ist das für eine Performance? Jetzt kam doch wieder bloß der Caller. Schnell. Und ein Auto, Mann! Das war stabil. Ey, macht das Bart eigentlich keinen Instant Kill? Doch, nee, nicht Instant Kill, aber es gibt schon ziemlich guten Damage. Ist ja belastend. Aber normal macht es schon viel eigentlich. Ja. Also ich bin gerade reingesprungen, weil ich für eine Sekunde drin hatte direkt 10 HP weniger. Macht schon viel Kill. Jan hättest du überrascht, dass ich das gezündet hab? Ja, weil du hast draufgeguckt, wenn er kurz drinnen war. Scheiße. Pfff. Da vorne ist der Iron. Oh, Poshy, du hast den Schock dann wegen lassen. Ich wusste halt nicht, ob oben jemand ist. Deswegen hätt ich vielleicht noch einen Nachdenken. Das war's auch. Bei mir ist der Poshy. Bei mir ist der Poshy. Das war geil, du. Fängt ja schon mal super an. Der Luki-Shop, der Luki-Shop. Äh, Jan bei mir. Äh, Quatsch. Äh, Steven bei mir. Steven bei mir. Steven bei mir. Oh, Schüsse bei Oli. Oh, Poshy bei mir. Gähem, Steven. Oli, hast du Schaden kassiert? Nee, noch nicht. Oh, das geht nie. Ja, warte mal ab. Steven, use gerade einfach seine Ability of Black People. Ja, 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 ja. So, ich halte jetzt mal den Pool schon mal von alleine auf. Ne, Instant Kill rein, dann läuft das. Oh, Loi macht das jetzt nicht aufgehängt. Ja, Moin. Hi. Moinsens. Willkommen in der Aufnahme. Oh, Nemo, geh weg. Du spielst nicht mit. Nein, nee, schon kann wegwerfen. Ja, du bist die Dede. Nemo, ich kick dich jetzt, Alter. Bam. Das, das ging schon. Ö. Nemo, ich kick dich jetzt, Alter. Warte, sind wir in meinem eigenen... Nein, wir sind der Eingangslobby hier. Nein. Hey. Darf Faker. Jojo. Jojo. Jojo weg, Morda. Jojo. Jojo. Jojo hat den Friendship Beam gemacht. Poshy bei mir. Poshy ist, Poshy ist der Andere. Ich glaube, du musst sagen, mehr Poshy ist. Iron. Alter, die Scheiße blenden immer noch. Heilige Maria. Weißt du, wisst ihr was ich vermisse? Mich. Thriller. Ja. Den habe ich vorher auch eine ganze sexuelle Garten mitgefunden. Aber ich vermisse auch die Drohnen. Die sind so toll. Ich danke dich beim Chiron. Alter, der Chiron mit mir hat mich zusammengeschlagen, wie gesagt. Wöcher. Und du Wichser. Juhl meinen Träumen wieder. Hatsiki. Habe das Licht an, Leute. Habe das Licht an, ich verhalte mich korrekt im Schwarzendruck her. Trotz, bist du keine helle Leuchter? Ach, nö. Ach, P. Ach, Jan. Ach, P. Ach, P. Ach, P. Ach, P. Ach, P. Ach, Jan. Ach, P. Ach, P. Ach, P. Wer ist da gerade? Oh mein Gott GG Wow Wow Koller Geht's nicht Koller Ich verstehe nicht wieso ich kann die Leichen Confirming Co Bei mir geht's das nicht Alt E und Laufen nebenbei Du musst nicht mal halt E drücken, das reicht Wenn du einfach nur hingehst, einfach kurz E drückst, dann ist gut Bei mir geht's das halt nicht mal Alter, du hast mich Alter da Faker, das war super behindert Ich seh dich, ich krieg Lack und dann bin ich auch immer tot Also falls ihr euch fragt, der freut sich immer super behindert Nein, du bist ein bisschen, Mann Nein, nein, nein Nein, nein, ich brauche einen Shotgun Same Ja, das ist wahr Ich brauche das Beste als die M16 Ich brauche das Beste als die M16 Ach Poshi, komm der war Der war mal wieder richtig Ach, ich glaub Ist das behindert Machen wir auch noch Kalt oder? Treffen uns Alter, hey Lubitz Wesss 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 Steven bei mir Oh, dann auf den Nemo Weil das Game ist eh lost Wesss 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 Bei mir ist Bei mir ist Bei mir ist Jojo Ja Jojo, ich hab das Explosionsversack gemacht Das ist aber neben mir reingeschlafen hier Das ist aber neben mir reingeschlafen hier Da ist Boshy Hier ist die Explosionsstelle, schau hin Ja, aber du hast halt hier eine Bei mir Iron und Darth Faker Beide mit Shotgun Was willst du von mir? Warum machst du dazu? Ich wollte da gerade raus Verpasst euch Ich hab das Ne, hier will ich nicht langgehen, jetzt für unsafe Warte, warte. Warte, warte Das ist nicht so nice AC Nee Herr Lubitz, Infoicon Gehen Sie doch hemm уд uuuuuu Lilith! Oh 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 raus LUBITZ MACHEN SIE DINN LUBITZ Schiebe Ich fiebe Ich fly der LK Ne, Fly as the Peter Joschi, ich stell mir jetzt doch kurz den FG hin, muss kurz rauszahlen und was schließen, wenn ich tot bin, ist der Poschi Oh, Alter, Herr LUBITZ Gehen sie doch hemm Ich leuchte dich an Ich habe jemanden sterben hören Leuchte dich an Wie er gewartet hat Ich hab mir mal ganz kurz selber 30 Damage zugefügt Was ist das? Oli ist das? Herr Lubitz, ich hab noch einen HP Der Schnitt, nice Was ist Gameplayer? Der Gameplayer ist es Der Gameplayer ist es Genau, der Gameplayer Oh nein, ich werde vergast Ich werde vergast, irgendwie hat die Freight auf alle ausgelöst Ich werde vergast Bei mir ist der Jan Und der Iron Wer ist der Foschi? Könnt ihr bei der Falle weggehen? Der Dingens ist auf jeden Fall der Gameplayer Ja, der Gameplayer Oh Gott Hab ihn Hab ihn, er war, er war, er war Okay Okay Ey, dann gönn ich mir gleich mal die Shotgun Nein Same, ich hab jetzt auch Shotgun endlich Das ist nicht wahr Nein Nein Der Typ ist dort Der Typ ist dort Der Typ ist dort Der Typ ist dort Ich bin dort Ja, easy, oder? Der Typ ist dort Der Typ ist dort Das liegt bei der Typ ist dort Vor dem nächsten Mal wäre es konzentriert, wenn du den Raum sagst oder ungefähr wo. GZ-Collar. Ja, Steven. Deswegen. Ihr verarscht... Verarscht ihr mich jetzt? Nee, es sind Collar und Lucas... Warte, wir sind mittlerweile drei Trader auf. Fuck off. Was? Was zum Teufel? What the fuck happened? Weißt du, ich drück so Tab das letzte Mal. Guck so drauf, denk mir so, hm, okay. Passt eigentlich. Ja, dann drück ich nochmal Tab. Und krieg erstmal einen Schreck. Was zum Teufel? Meine Mates, was habt ihr eigentlich gemacht? Ja, nix. Ja, ja. Das ist es ja. Weißt du, wir können jetzt mal ganz schön weiter reden. Du weißt, dass ich Trader bin und du weißt auch, dass ich der Letzte bin. So, pass auf. Ich drück so Tab, sehe, dass noch vier Leute am Leben sind. Ich und meine zwei Trader-Kollegen und du. Jetzt drück ich Tab. Was sieht mich da an? Meine beiden Trader-Kollegen sind tot. Das waren zwei saubere One-Shots. Gähm, Alter, ganz ehrlich. So ein Quatsch. Ja, Shotgun ist schwach. Hast du, sei mal ehrlich, ich hasse nur wenigstens ein bisschen. Boah, ich. Du hast Leben verloren. Ja. Oder? Boah. Ich habe nur noch welches vom Feuer verloren, als ich runtergefallen bin. Von zwei Kisten. Ey, könntest du mir auch wenn ich jetzt wegzurennen? Ja, nee, du. Weißt du, wozu habe ich überhaupt Radar kommen? Dieses langweilig, dieses hin und runden. Diese Map ist eh, diese Map ist eh dumpf für den Radar eigentlich. Also ich hasse die Map, muss ich sagen. Ich finde die voll scheiße. Spiel zu groß. Ja, aber ganz ehrlich, besser als Minecraft B5, oder? Welches ist die B5, die mit dem Leuchtturm? Ja. Das ist die beste. Das ist die geilste. Jetzt denke ich, ich laufe in die Richtung, wo du hinläufst. Pustekuchen, genau in die andere Richtung bist du gegangen. Ja, easy. A play. Das war richtig outsmarted hier. Richtiger TDT-Main. Oli, schaust du dich, by the way. Wie ich es halt von Anfang an gewusst habe, dass du der dumme... Schrelter bist. Junge, raff dich. Jetzt muss ich schon was rauspiepen. Ich wollte gerade sagen, das darfst du schon rauspiepen. Also sagen wir es mal so, er darf das Wort mit N eigentlich sagen, weil er der einzige schwarze hier ist, aber das ist trotzdem scheiße. Hä, Alter. Ey, ey, das ist ein Ort drin. Deutsche Kultur. Deutsche Leitkultur. Freunde. Alter, wenn der Franz sich das anguckt, der rasset der komplett aus. Ich habe doch einen Credit gefunden, was ist das? Ich glaube, der bindet mir deinen Strick. Oh, mein Junge, jetzt zeigt mich doch mal, Mensch. Ja, dasselbe denke ich mir halt auch die ganze Zeit. Darf man uns im Orangenraum, oder? Machen wir. Jan, außerdem bist du tot, jetzt hält er mal alle die totes mit der Fresse halten. Echt, mach. Ja, bin ich, bin ich auch dafür. Ja, wo ist die Entgung denn? Na, Pfinschen kann ich wegschmeißen, die läuft eh nicht. Fliegtaube fliegt davon. Hm, 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 drei Minuten noch, Oli. Das war dein einziges Meme-Spiel, weißt du? Wer kommt, ich will so, nur so aus Reflex reinhalten, wer kommt mit gegen Jan? Ich gebe Jan erstmal ein paar saubere Headshots, mach den so half live. Dann zugemerzt sie. Wenn du hast drei HP, dann machst du das eben. Dann merke ich so, hm, nicht gut. Irgendjemand unten bei dem Wasser, der hat dann jemanden getötet hat. Ja, das war ich. Ja, dann hast du mir das. Ja, schmeißt du wieder mit. Richtiges Meme-Spiel. Bei mir. Jungs, Alter. Ist das so ein Dreckschall, wenn ich mal einen Shotgun habe? Keine Shotgun, same. Herr Lumitz. Jungs, du Fixer. Jungs, der hat jetzt wieder rausgeschossen. Alter. Straft dich. Nein, da, guck ich an, da. Warte. Alter, der ist ja gestorben. Er ist tot. Oh mein Gott. Red Dead Kill. Was, ich will mich rechtfertigen? Stiezen, weißt du, du gehst gerade vom Fass weg, ich beginne auf das Fass zu schießen und auf einmal, als er das Fass noch so einen Schuss hatte, ich gebe den Schuss, aber auf einmal gehst du zurück, genau in das Fass rein. Äh, Leute, man müssten mich mal kennen, ich muss weg. Oh Mann. Ist doch so eine unnötige Missgestalt. Das tut mir echt leid, Alter. Bei Mr. Lukas? Das war echt ich mit Absicht. Jungs, ich hype mich halt richtig. Das ist jetzt Traitor, bitte. Bei mir, Nemo. Äh, er schießt auf mich. Es tut mir echt leid, das war wirklich ich mit Absicht. Poshy, ohne Witz, Poshy, hör doch auf. Hör doch auf, random zum Kind los, mal du weg, Mann. Poshy, Mann, was ist das? Das ist bloß scheiße, ohne Witz. Es ist halt echt nicht lustig. Oh mein Gott. Also Jungs, nicht lustig. Es ist echt nicht lustig, es ist einfach lächerlich. Nemo, was Traitor, ja geil. Ja, da, Poshy, mein Traitor-Kollege hat mich killt. Random. Das ist für Info, gell? Ey. Ah, D, ah, DM'd. Es warst der Poshy, ist doch. So, nimm mal das. Füpp mich, danke. Ach, Poshy. Ja, sorry. Ja, wusste. Drei Info, ich muss nachher den Server ruhig starten, damit es ein Kilo sein wird. Ich starte gleich mal dein Gesicht. Alter, jo, jo, das passt. Also, bis später. Tschüss, sorry, gut. Alter, ich hab 10 FPS. Nee, weg mich. So, ein normales Slag. Alter, what the fuck, 10 FPS. Slag, Slag, Slag. Slag. Nein. Alter, Steven. Jetzt noch nicht. Du hast grad... Ja, aber dann... Das war grad echt der Über-Meme, weißt du? Klasse deine komplette Existenz. We... So ein Joke. So ein scheiß Joke. Du hattest aber auch so Pech. Geil. Ich bin Traitor und so viele Leute. Ja, bei mir auch. Dann gibt es Hoshy. Dann gibt es Hoshy. Ich schoss auf die... Ich schoss auf die... Weißt du, ich schieß auf das Fass hinter dir. Denk ich schon noch so. Als du dahinten läufst zum Fass, dachte ich noch so, Alter, hör jetzt bloß auf, damit du den nicht killst. Dann seh ich grad, du kommst in meine Richter zu. Okay, jetzt ist safe. Jetzt kannst du das Fass mal auf einmal gehst du zurück, wo ich grad schieße. Ja, weil du in meine Richtung geschoss, dann kriegst du zurück, Alter, Idiot. Oh, der findet ihr dann killen. Probier's. Hauli. Okay. Der hat da die scheiß Incendary hier gewurfen. Wenn den Joke siegt, dann kill ihn. Oh, ohne Witz. Hey, Alter, was schreitst du? Wer macht den Joke weg? Ich glaub, der Lukas ist, Alter. Wer auf, was mich zuschießt. Lukas schießt auf mich. What? Wer ist Lukas? Ja, der Lukas ist es. Nee. Alter, komm mal zum Wasser. Doch, ich hab keine Waffe. Ja, wo ist er denn? Da drin, wo ich dich... 100% safe, ja, ja. Bei mir, Nemo. Lukas, you know. Du hast geschenkt für mich, dann komm ich doch. Warte. Olli hier. Boah, Alter, Jan. Hat der Jan schon wieder wen random killt? Jan, du würdest sagen, du hast Olli weggemacht. Er hätte es verdient. Nee. Ich bin angeschossen. Olli zu dem Raum gerufen, wo großen Hakenkreuz an der Wand ist. Da schießt immer der Shotgun. Na, du witz bei mir. Ich bin fast hoch. Wir sind an die Treppen weg. Da hat jemand geschossen irgendwo. Da ist Blut. Der Nemo. Wer ist das? Wer ist das? Jan? Nein, Jan ist ein. Alter, hier ist die Treppe auf. Wann kommt? Ach du Scheiße. Ja, ich weiß, ich hab's auch gesehen. Ich wollte gerade langlaufen. Ich bin jetzt ein, ist der Jan. Day mit dem Caller. Wer ist das die? Oben. Ja, gut. Olli, seh die. Alter, geht die Treppe irgendwann zu. Da ist der Däde. Du musst außenrum hochgehen. Ja, das frage ich mich auch. Das Game ist nicht komplett lost. Echt jetzt? Also nee. Lachen wir nicht. Aber wenn wir nur noch zu lieben sind, gibt's nur noch zwei Traitor, oder? Ja, ne Ahnung. Nur noch zwei, ja. Müssten eigentlich. Keine Ahnung. Boah. Dann könnt ihr's bitte so ne Scheiße lassen fürs nächste Mal. Was für ne Scheiße. Ach übrigens, Steven, Steven, Tina hat mir ja das Bild geschickt. Ich hab das jetzt schon mal gut bearbeitet. Also ich hab jetzt so ne Art, ich hab quasi so ne Art Collection jetzt schon gemacht, aber, pass auf, wenn ich in der Klausur so ne richtig lächerliche Note hab, dann kann das auf jeden Fall mit rein. Ansonsten. Die Klausur denk ich nicht morgen wieder, oder? Geh's jetzt mal bitte weg. Denk ich auch nicht, aber. Aber was hast du dir gebaut? Kannst du jetzt mal bitte weggehen? Was ist denn deine Mission? Bei mir, ja, Dede. Bei mir, Nemo. Da ist der Jan. Nemo ist wieder bei mir. Nemo, ja, Geh's nicht. Bei mir, scheiße. Ja, aber wir haben, Luke, geh weg. Ja, du hast. Ja, aber du hast auch einen Shotgun, bei mir. Nein, du hast ne Shotgun, nein, du hast ne Shotgun, nein, du hast ne Shotgun. Selber Shotgun, du auch. Nemo, das ist bei dir ne witzig. Herr Lubitz, also, nee, so weit bring ich nicht. Herr Lubitz, nee. Das heißt, er ist schon wieder Traitor, mach den weg. Er irgendwie lebt gar nicht mehr so, fey. Bei mir, bei mir. Ja, das ist cool. Du bist CDT-Lauf-Main, oder? Du kannst Treppen steigen, sehr gut. Hinter uns sind auch die Saison, oder? Wir müssen Call-Aus, der Jan. Also, schau dir, so weit hoch hinzu. Schau dir, so weit hoch hinzu. Oh, Leute. Ja, das war da, die. Oh, ich bin ja. Ich hab Angst. Herr Lubitz, bleibst dir einfach von den Fässern entfernt. Ist der Luki? Ja, Nemo, die wissen, dass ich da bin. Ihr habt das für die ganze Zeit mit der Hero. Denkst du, das ist safe? Nee. Ich würde da jetzt nicht reingehen, eigentlich ehrlich gesagt. So ist der hinter uns, der, der versteckt sich, das ist der Jan. Der Jan ist safe. Ach, Herr Lubitz! Rein! Nein! Der Lubitz! Warte, warum bist du mich? Steven und der Luki. Steven und der Luki. Wer ist das Steven? Der Gandhi. Gandhi. Was? Ich geh mal aus dem Raum raus, da hab ich FPS-Drocks. Das gefällt mir nicht so. Bau in eine Mauer. Jemand hat vor einer Mauer zu bauen. Ja, schon. Trump. Echt? Frank. Ich hab jemanden gehört. Ja, der Gandhi ist es nur noch. Bleib doch einfach mit da, wo der Collor und ich waren, Mann. Bist du behindert? Jungseng. Er ist in der Gaskammer in der Halle. Na gut. Oh Gott, oh Gott. Alleine brauchst du nicht gegen den gehen, Mann. Der hat drei Millionen, sie ist Goldstunden. Na gut, dann doch. Herr Lubitz, ja? Da bin ich grad mal mich am rechtfertigen, dann kommen sie ganz feige von der Seite angeschissen, und ich hab mal One-Hit weg. Ich hab dort in die Richtung gesprayt, wo halt das Steven stand. Und du warst halt einfach so in der Collor-Fund. Ach so. Na gut, das war's von der Folge. Bis dann. Haut erst mal rein. Ja, ciao.